Und dann? Wenn du in meinem Team bist, ich glaube, morgen wird er ein bisschen mehr... Jetzt weißt du, was kommt. Heute, ich brauchte in der Cafeteria zweimal die Morgenlatte von Marc. Morgenlatte hilft. Kaffee ist immer gut. Was? Bedeutet... Bedeutet... Morgenlatte. Jetzt, es ist Abend, Mittag, es ist Mittaglatte. Bei morgen, ich trinke immer Morgenlatte. Ja. Morgenlatte ist ein ganz normales Ding. Finnland ist Nummer eins Kaffeetrinkerland der Welt. Und Kaffee zu trinken hilft gegen Alzheimer und andere Dings. Und schmeckt auch gut. So, ich liebe und brauche meine Morgenlatte. Jeden Tag. Hast du ein Problem mit Morgenlatte? Okay, gut, dann... Jemand? Niemand? Alle Kaisu? Alles okay? Funktioniert? Ja, manchmal. Cool. Aber das ist nicht so, das ist nicht so, dass es nicht so. Ich bin, wenn ich so. Ich habe das Zeit, das Auto. Mir nicht so, was ich gerne probieren. Ich bin, wenn ich nicht so. Vielen Dank.